Der Wecker rasselt laut und schrill, wie soll der denn niemals still? Mama ruft, steh auf mein Kind, weil die Schule gleich beginnt. Papa zieht die Decke weg und sagt, komm, es hat eh keinen Zweck. Wasser im Gesicht verteilt, Zähle putzen und gestylt. Cornflakes, Müsli, Toast, Kakao, ein gutes Frühstück ist echt schlau. Jacke ranzen, wunderbar, und ist ein Pausbrot. Ja, klar! Klingelzeichen, Neurunde, Pause, Stunde, Pause, Stunde, Lehrer, Klasse, Unterricht. Manches kennt man, vieles nicht, etwas leiser, wer weiß das, wie und wo und wann und was. Lachen lernen, manchmal Streit und alles, alles in so kurzer Zeit. Die Zeit, sie rast im Sause-Schritt, fragt nicht, nimmt uns einfach mit. Und weil sie niemals stehen bleibt, ist sie die größte Kostbarkeit. Neues Wissen, Hausaufgaben, eine Antwort, tausend Fragen, allerbeste Freunde kriegen. Mal verlieren und mal Ziegenreden hören, Riechen fassen, sich zu Hause sehen lassen. Und wie war's? Ach ja, ganz nett. Der Trickfilm noch, dann ab ins Bett. Och, jetzt schon, bis so früh. Die Zeit, sie rast im Sause-Schritt, fragt nicht, nimmt uns einfach mit. Und weil sie niemals stehen bleibt, ist sie die größte Kostbarkeit. Die Zeit, sie rast im Sause-Schritt, fragt nicht, ist sie die größte Kostbarkeit.